Wir sind unsere Society Ladies und ich bin der Flo, euer Reporter und Moderator. Und ich sehe da hinten jetzt schon die Dame mit diesem schönen Ballerinakleid und diesem, ja, Generalslook. Jetzt mal ganz kurz, Frank, grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin Galia Brenner, ich bin Modedesignerin, ich mache Handtaschen, eigentlich ich mache Muschitaschen. Was für Taschen? Alexandra, du darfst uns nicht wegläuchten. Grüß Sie, Servus. Wir sind nämlich live drauf. Bleib noch kurz da. Wir brauchen dich gleich. Wir waren gerade bei dieser Tasche fest. Muschitasche. Muschitasche. Laura, hast du es gehört? Muschitasche. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ja, das ist meine eigene Kollektion, das ist eigentlich die G-Bag, aber ich habe das, ähm, the underground name is Muschitasche, aber das ist eigentlich G-Bag. Also, dass die Sendung so beginnt mit so einer Tasche, finde ich natürlich großartig. Dann überlege ich mir mal Namen für meine Tasche. Ich hoffe, Sie wissen, was Muschitasche auf Deutsch heißt. Well, yeah, of course. It's a G-Bag. It's a playful bag. Anyway, Sie haben einen superschönen Ballerina-Rock an. Ist das jetzt schon so ein bisschen Ballett-Style? A little bit Ballett-Style, ja. Das ist ein bisschen, ähm, circa bizarr. Eine Mischung von allem. Also, die Berlinale, Alex, könnte für uns live nicht besser beginnen und trashiger. Wo kommen Sie denn ursprünglich her? Aus Kanada, Toronto. Okay, und da läuft man so rum? Immer, jeden Tag. Zum Supermarkt, zum Frisur, ja. Ich weiß, wo wir, wo wir euch das nächste Mal mitnehmen nach Toronto. Vielen, vielen Dank Ihnen. Super Outfit. Schönen Abend noch. Dankeschön. Und wir freuen uns sehr, dass wir... ...dass wir... ...dass wir, wir freuen uns sehr, dass wir...